Ich bin Steffen und heute haben wir den zweiten Teil von Pack-War. Falls ihr den ersten noch nicht gesehen habt, den auf jeden Fall erstmal abchecken, weil da haben wir jeder zwei Packs von den neuen Magic-Takes geöffnet. Dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen, denn mit denen spielen wir jetzt gegeneinander und danach gibt es noch eine Bestrafung. Ja, und ja, viel Spaß beim Video. So Leute, wir sind jetzt hier beim Spiel und Jan wird anfangen. Und dann greife ich auch gleich mal an mit meinem Mittelfeldspieler vom FC Augsburg. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler von Werder Bremen. Ich habe hier Kai Ubi mit 71. Ich habe Dianne mit 70 oder wie man den ausspricht. Oh, knapp, 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 aber der erste Punkt für mich. Dann verteidige ich als nächstes mit meinem Abwehrspieler vom VfL Wolfsburg. Dann greife ich an mit meinem Stürmer von Dortmund. Oh, wer ist das? Ich habe Bruma mit 75. Ich habe Ousmane Dembélé mit 77. Wieder knapp, aber. Wieder knapp, aber diesmal für dich. Dann verteidige ich mit meinem Torhüter von Hamburg. Ah, dann greife ich an mit hier mit meinem Hertha Angreifer. Ich habe René Adler, 78. Und ich habe Salomon Kalou mit 82. 2-1 für mich. Dann verteidige ich als nächstes mit meinem Mittelfeldspieler von Hoffenheim. Dann greife ich an mit meinem Angreifer von Hamburg. Ich habe hier Kapitän Eugen Polanski mit 75. Ich habe Bobby Wood Matchwinner mit 80. Ah, Mann. Dein Punkt, Ausgleich, 2-2. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler von Bayer Leverkusen. Dann greife ich an mit meinem Wolfsburger Mittelfeldspieler. Ich habe Ömer Toprat mit 82. Und ich habe Matchwinner Arnold mit 86 von Wolfsburg. Das ist wieder meine Führung. Dann verteidige ich hier mit meinem Abwehrspieler von Borussia Mönchengladbach. Ah, dann muss ich angreifen mit dem hier. Ich habe Yannick Westergaard mit 78 als neues Abwehrspieler. Ich habe Borussia mit 42. Ah, ein bisschen falsch. Das war die falsche Karte, glaube ich. Dann verteidige ich als nächstes mit meinem Torhüter von Frankfurt. Dann greife ich an mit meinem Angreifer von Hoffenheim. Das ist natürlich Lukas Radetzky mit 80, Verteidigung. Ich habe Kramaric mit 71. Das ist mein Punkt. Dann verteidige ich als nächstes mit meinem Abwehrspieler von Borussia Dortmund. Dann greife ich an mit meinem Stürmer von Bayern München. Oh, das kann interessant werden. Ich habe hier Marc Batra, neuen Transfer mit 79. Ich habe Thomas Müller, aber nicht Club 100, sondern normal mit 88. Das wäre jetzt krass gewesen. Hättest du Club 100 in der ersten Folge bekommen. Dann greife ich an mit meinem Mittelfeldspieler von Hertha BSC Berlin. Dann verteidige ich mit meinem Mittelfeldspieler von FC Bayern. Ich habe Starspieler Darida, 78. Und ich habe Xabi Alonso mit 82. Dann noch zwei Karten. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler von Hertha BSC Berlin. Dann muss ich angreifen mit meinem Schalker Mittelfeldspieler. Ich habe Fabian Lustenberger mit 76. Ich habe Geiss mit 74. Oh, das war auch knapp. Und ja, letzte Karte. Ich glaube, ich habe sie so gewonnen, oder? Egal. Egal, ich greife aber an mit meinem Ingolstädter Angreifer. Und verteidige ich mit meinem Tolta von Hertha BSC Berlin. Ja, das wirst du, glaube ich, gewinnen. Sonst hätte ich... Ja, 72. Ja, schon 86. Okay, damit gewinne ich hier die erste Folge von Pack War. Ja, das ist ein Wochenende. Und ja, dann gehen wir doch gleich mal in die Bestrafung. So, Leute, ihr seht jetzt hier bei der Bestrafung. Ihr habt es gesehen, ich habe verloren. Es ist ziemlich kalt draußen. Das heißt, zwei Bestrafungen quasi. Ja, dann warte ich noch ein bisschen, oder? Na, einmal. Hier. Wie soll ich machen? Das Ei. Was jetzt da drauf kommt. Ein paar letzte Worte. Viel Spaß dabei. Und du hast es ja schon mal erlebt. Ja, es ist nichts Neues für dich zu sagen. Aber ich habe auch schon Eier bekommen letztes Jahr. Hast du? Hast du? Eier und Pack War, ja. Hast du nicht mich abgeworfen? Nein, du hast mich mal abgeworfen. Drei Stück. Nein, du hast mich abgeworfen. Ja, aber du hast mich auch mal. Da, wo du mich getroffen hast. Ja, du hast mich auch mal abgeworfen. Also Eier und Pack War, das ist nichts Neues. Eier stimmt, wo ich ganz nah gekommen bin. Bevor wir das jetzt machen, wie gesagt, schreibt mal eure Bestrafungsvorschläge in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall wichtig. War eigentlich kalt. Deswegen rede ich ja auch noch. Geh, mach, mach. Drei. Ey, warte, warte, warte. Wehe, du zerreibst es wieder, so wie letztes Mal. Was ich wirklich mache und ich will. Guck mal her, guck mal. Das tropft noch so unter. Ja, da sind noch echt alle dran. Ja. Da unten ist die. Warte, warte, warte. Guck mal hoch. Da läuft das runter. So. Ey, aber, ey, warte. Du hasch, warum es nichts wäre? Meine Hände sind auch voll. Okay. Geh mal weg. Ey, ich hör doch gerne mal auf. Hör mal auf. Hör mal auf. So, Leute, das war's halt von diesem Video. Hör mal die Hand. Wo filmst du überhaupt hin? Hör mal die Hand. Okay. Scheiße, meine Hand wird es kalt. Du filmst gar nicht. Meine Hand wird es kalt. Ja, doch. Da film ich. Okay, Leute, das war's. Lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ich merke es kalt. Ja, ist okay. Ja. 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 Ja.